Wird ich dich eigentlich an die Schlafenschicken brauchen? Also von daher? Wird I lost to a mere child like you? Who do you call him a child? I'm a chicken you know? Fuh 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 fuh, I recommend you, I must recognize that you are truly gifted, but I have this in my possession. What? Ja, irgendwie war jetzt gerade der Nebel, dann war er wieder weg. Why? I can't be like Maxi, no, no, my beautiful dream, there's something wrong, I oath, us oath, to have been got it? Sollte da vielleicht Zout stehen? Sollte da einfach vergessen, oder? Weil oath kenne ich nicht. Nein, sollen. But why? Why did the orb disappear? Why? Why? Why did the orb disappear? Why? What? Don't get all high and mighty with me? I've prepared this plan very carefully, much more meticulous than you. I've lost a month to mobilize all the members of Team Aqua working day and night to manufacture the submarine and find this place. I had to keep the secret a long time and now everything was reducted to ashes. We don't have the time to argue about it here. You failed. Accepted. This cannot be my great plan. My dream. Ah, is we near it. Hmm. You again. You are always present in this place. You are always present in the places like this? I warn you when I reconsolated my team completely. I will take my revenge on you. Farewell, you mad lilsome kid. Fufufu. Okay. Yay! There's no ghost in the world! Ich würde mal interessieren, warum die Orbs verschwunden sind. Oder war das nur eine Illusion? Die Orbs? Plotwists! Sie haben nie wirklich existiert! Sie existieren nur in unseren Verständen. We should leave there right now. See you later, Chican! Das hätte ich jetzt alles nicht erwartet. Aber hey. Stimmt, ist denn jetzt hier der Weg frei? Ich habe gerade kein Problem mit der Schneider. Da muss ich Poffeln wieder beibringen. Ah, hier brauche ich den Schneider. Und um zum Attackenverlern zu kommen, brauche ich auch den Schneider. Ist das nicht wunderschön? Er hat sich das ausgedacht. Ja, we hope you see, we see you again. Wer ist denn von euch alles der Schneider? Du hast der Schneider, ne? Na, da komm du mal kurz mit. Das reißen wir auch schon ewig nicht mehr im Team. Wobei... Wenn ich dann sowieso nicht... Summary... Aber hohe Crit-Rate. Na? Wie viel habt... Du hast nur 50. Ja. Ich bringe ein paar Fans wieder in den Schneiderball. Alter. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Hallöchen Opa! Ja, bla bla bla. Ja, bla bla bla. Oder ich muss mir ein anderes Pokémon mitnehmen, das der Trümmerer kann. Mal diese VMs-Banks. Das ist so ekelhaft. Marapi brauche ich zum Fliegen. Rita war schon lange nicht mehr dabei. Salat muss sich weiterentwickeln. Bafon muss trainiert werden. Ich könnte die Kamaru... Äh, aber da treffe ich... Wasser-Pokémon nicht mehr so effektiv. Focus Center! Wo bist du? Wurde man nicht hingestellt. Irgendwo zu können. Nein. Nein, zu früh. Eins zu früh. Ich brauche zum Surfen und zum Tauchen. Wobei, du kannst eigentlich auch Surfer lernen, ne, Kreisle? Auf nach Mystic Town. Mal gucken, ob dann hier die Brücke begehbar ist auf Route G, damit wir nach Surrenstown können. Wenn nicht, haben wir ja kleine Probleme. Wo sollen wir dann noch hin? Route G! Hey! Guck mal, dieser VM-Zwang. Schrecklich! Ne, Teenie? Werde mich nicht wundern, wenn ich... ...auch ganz viele VMs... ...bei... ...der Siegestraße brauche. Ist eigentlich hier mittlerweile Weg irgendwie frei, oder... ...nö. Nur um zu sehen, ah, von der anderen Seite kann man da lang gehen. Na, ja, der Weg ist frei. Eine sumpfige Gegend. Das hat ja immerhin... ...ein bisschen an dieser Safari-Zone in Diamantperlen und Platin. Da war ja auch sowas sumpfiges. Was? Schon zu Rennstown? So viele Sümpfe. Lustig, eine Brücke führt über Surrenstown. Ich muss erstmal in Route F dann den Weg dahin finden, nach Surrenstown. Now, uh, could my wife have gone? I'm always with her. I wonder if I can win on my own. Ich bekam bestimmt dann ganz viele Giftbogen anfangs, zum Beispiel. Toxiquack. Da war Toxiquack die Weiterentwicklung. Kapell! Ja, ma. Was schreit der eigentlich krass nach Raupé? Mit seiner Flügattacke, aber... ...Solat muss trainieren. Ne, das war Toxipat, die vorhin beklungen, oder? Ne, Toxipat war da ein Käfer! Aus... ...Schwarz-Weiß. Schwarz-2-Weiß-2. Aber wie hieß denn deine Froschnummer? Ist auch doch irgendwas mit Toxi. Ne, Glibunkel hieß er. Ich bin doof, okay. Ich bin vergiftet! Pilzspore for the win. 777 Erfahrung. Ja, super. Polywarf? Ah, Quappo. Ach komm, du bist ja auch zur Hälfte ein Kampf-Pokémon, kann Rita mal wieder was machen. Warum habe ich gerade nicht auf Rita gewechselt bei Kapilz? Ne, ich weiß es nicht. Manchmal tue ich Dinge, wo ich mich frage, was genau tue ich hier eigentlich, Gliss? Ja. Ja, manchmal frage ich mich das auch, was Chicken hier eigentlich tut. Schon vollkommen strange. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Es reicht nicht. Ah, Quapp-Knarre. Ja, es wird sehr wehtun. Was? Nein, ich mache mich nicht über Quappo lustig. Nur weil der arme Kleine nie ein Frosch werden konnte. Ja, Quapsel eine Kaulquappe. Entwickelt sich zu Quappozie einer Kaulquappe. Entwickelt sich zu Quappo einer Kaulquappe. Wie ist es denn das Quack, so ein Frosch? Von einer Kaulquappe zur Kaulquappe zur Kaulquappe. Packstorn. Ah, I see that I can manage to win on my own after all. Tja, hättest du mal zuerst dein Weibchen gefunden. Tja, tja, tja. Man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Zum Beispiel irgendwie gleichzeitig Videos in Uploads stecken. Oder das Leute mitkriegen. Ach, verdammt. Aber ich muss nebenbei Uploaden. Ach. Sprich doch nicht immer auf der Leertaste rum, Teenie. Giftheiler. Was ist so nervig, dieses kleine Ding? Nein, ich will jetzt auf die Tastatur. Ich will auf die Tastatur. So was muss ich mir jeden Tag anhören. Was ist so nervig, das 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 ist so nervig Vielen Dank.